Hier so. Ist das so richtig? Meine DNA? Sogar ganz angenehm, ist wie eine kleine Zahnbürste. Ich kann doch so jedenfalls sagen, es ist nicht schmerzhaft. Eigentlich voll einfach, ne? Gutes tun kann so einfach sein. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Werde Stammzellspender und registrier dich jetzt auf DKMS.de.